In diesem Video möchte ich euch den Philosophen, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick vorstellen. Im Kern geht es mir um die Überlegungen zu den Eigenschaften der zwischenmenschlichen Kommunikation, die er gemeinsam mit Janet Bevin und Don Jackson entwickelt hat. Die drei, die fassen diese Eigenschaften in fünf pragmatischen Axiomen zusammen. Viele von euch haben bestimmt schon von den Axiomen gehört. Ich will die euch jetzt auch gar nicht einfach runterleiern und mit Beispielen ausschmücken, sondern ich will sie in den Gesamtkontext der Person Watzlawick rücken. Es hat nämlich seine Gründe, dass ausgerechnet er an der Entwicklung dieser Grundeigenschaften der Kommunikation beteiligt war. Paul Watzlawick wurde 1921 in Willach, das ist in Österreich, geboren. Ab 1946 hat er dann an der Universität Venedig Philosophie und neue Sprachen studiert. Ziemlich beeindruckend, Watzlawick hat fünf Sprachen fließend gesprochen und seine Doktorarbeit über eine sprachphilosophische Untersuchung, die hat er sogar auf Russisch geschrieben. Nach seinem Studium ließ er sich dann bis 1954 zum Psychotherapeuten am Junginstitut in Zürich ausbilden. Als frischgebackener Therapeut ging er dann nach Indien, um dort eine eigene Praxis zu eröffnen. Das mit der eigenen Praxis, das hat zwar nicht geklappt, so wie er sich das vorgestellt hatte, aber seine Reise war trotzdem sehr gewinnbringend. Er lernte in Indien nämlich den Philosophen Krishnamurti kennen. Zu den Lehren dieses Philosophen gehört beispielsweise die Auffassung, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt. Er sagt, es gibt keine vorgegebenen Pfade, die zur Wirklichkeit hinführen. Insofern muss natürlich jeder Mensch seinen eigenen Weg finden. Die Zeit in Indien und die Bekanntschaft mit Krishnamurti, die waren für Watzlawick sehr prägend. Ein weiterer Mensch, der ihn nachhaltig inspirierte, war Karl Friedgraf Dürkheim. Wie die Begegnungen mit diesen Menschen sein Denken beeinflusst haben, dazu kommen wir gleich noch. Wir beenden jetzt erstmal kurz den Lebenslauf. Ab 1957 hatte er drei Jahre lang den Lehrstuhl für Psychotherapie an der Universität El Salvador inne. 1960 wird er dann Teil der Palo Alto Gruppe, die am Mental Research Institute zu den Themen Kommunikation, Psychotherapie und Familientherapie forschte. Im MRI ist er dann sozusagen angekommen. Palo Alto blieb seine Wahlheimat. Er forschte dort bis ins hohe Alter und am 31. März 2007 starb er dann im Alter von 85 Jahren. Zwei Punkte aus dem Lebenslauf sind besonders bedeutsam, um Watzlawicks Forschungsinteresse und vor allem sein Interesse an menschlicher Kommunikation nachzuvollziehen. Nämlich zum einen seine Ausbildung zum Psychotherapeuten und zum anderen die Begegnung mit Menschen, die ihn inspiriert haben. Ich hatte ja den indischen Philosophen erwähnt, der sagt, dass es keine vorgegebenen Pfade zur Wirklichkeit gibt. Der Gedanke, dass wir die Welt nicht vorfinden, sondern unsere Welten, also unsere Wirklichkeiten erfinden, das ist einer der Grundgedanken des radikalen Konstruktivismus. Watzlawick war radikaler Konstruktivist. Ich werde die Theorie dazu jetzt nicht weiter ausführen, aber um euch einen kleinen Einblick in sein Denken zu ermöglichen, will ich euch eines seiner eigenen Beispiele zeigen. Die Geschichte mit dem Hammer, ein anderes Thema. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Handwerk borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Menschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch einig, sei er für ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, leutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unserer Mann an. Behalten Sie sich hier in Hammersierüppel. Wenige Maße. Diese eindrückliche und natürlich auch ziemlich unterhaltsame Geschichte, die macht uns anschaulich, wie Menschen ihre Wirklichkeit konstruieren, diese Konstruktion dann als objektiv wahr ansehen und entsprechend ihrer vermeintlichen Wirklichkeit handeln. So klar uns ist, dass die Wirklichkeit des Mannes nicht die wirkliche Wirklichkeit ist, so unklar ist uns das meist bei unseren eigenen Wirklichkeiten. Es gibt im radikalen Konstruktivismus keine wirkliche Wirklichkeit. Was bedeutet jetzt diese Orientierung für seine Therapeutentätigkeit? Zunächst mal ist die Frage, wie wir unsere Welten erfinden, eine Frage der Gegenwart. Er wendet sich damit von der Psychoanalyse ab, die die Ursachen einer Störung in der Vergangenheit sucht. Und er wendet sich gleichzeitig der gegenwartsbezogenen Systemtheorie zu. Außerdem stört er sich natürlich an Begriffen wie richtig und falsch oder auch gestört und normal. Wenn es keine objektive Wirklichkeit gibt, dann kann es auch diese Gegensatzpaare nicht geben. Die Frage, die sich der Therapeut stellt, ist vielmehr, wie Menschen mit ihrer konstruierten Wirklichkeit fertig werden oder es halt eben nicht tun. Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, wie diese Wirklichkeitskonstruktionen überhaupt entstehen, was also die Prozesse sind, die dahinterstehen. Und mit der Antwort sind wir dann auch bei unserem eigentlichen Thema angekommen. Wirklichkeiten werden nämlich durch Kommunikationsprozesse erzeugt. Kommunikation versteht Watzlawick als ein System, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind. Wenn Wahrheit aus der Interaktion heraus entsteht, dann bringt es nichts, nur die Mitteilungen einer Person alleine zu untersuchen. Das ganze System muss in den Blick genommen werden, wenn man die handelnden Akteure darin verstehen will. Auch in der Therapie sieht Watzlawick seine Klienten und deren Symptome als ein Teil eines Systems aus Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen. Welchen Nutzen erfüllt das Symptom im System? Ist eine Frage, die sich der Therapeut Watzlawick stellt. Seine systemische Sichtweise, die hat auch heute im Beratungskontext immer noch Relevanz. Okay, ihr habt jetzt also gehört, welche Orientierung hinter Watzlawicks Überlegungen steckt, wie das seine Tätigkeit als Therapeut geprägt hat und welche zentrale Rolle die Kommunikation und dabei natürlich vor allem die gestörte Kommunikation für ihn spielt. Mit den pragmatischen Axiomen möchte er seinen Leserinnen und Lesern die einfachsten Eigenschaften der Kommunikation erläutern. Im ersten Axiom sagt Watzlawick, dass jedes Verhalten in einer zwischenmenschlichen Situation Mitteilungscharakter hat. Er geht davon aus, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Offensichtlich ist ja, dass man anderen etwas mitteilt, wenn man miteinander spricht. Watzlawick geht hier aber noch weiter. Er versteht Kommunikation nicht nur als etwas Verbales, sondern er sagt, dass auch nonverbales Verhalten eine Form der Kommunikation ist. Wenn ihr also demnächst im Vierer-Zugabteil aus dem Fenster schaut oder euch auf einer Bank sitzt und Gedanken verloren am Kopf kratzt, dann macht euch bewusst, dass ihr in diesem Moment mit euren Mitmenschen kommuniziert, selbst wenn ihr das gerade überhaupt nicht beabsichtigt. Euer Verhalten beeinflusst die Menschen um euch herum, die selbst natürlich auch nicht anders können, als sich dazu zu verhalten, während ihr euch eurerseits dann auch wieder dazu verhaltet. Für Watzlawick ist die Einsicht in die Annahme, dass man nicht nicht kommunizieren kann, fundamental. Ich will euch aber nicht vorenthalten, dass das gleichzeitig auch das Axiom ist, das am meisten Kritik erfahren hat. Ihr könnt ja mal selbst anhand der beiden Beispiele überlegen, ob ihr eher auf der Seite der Kritiker oder der Befürworter des ersten Axioms seid. Reicht es tatsächlich aus, seinen Mitmenschen einfach nur beiläufig wahrzunehmen, um von Kommunikation zu sprechen? Oder braucht es dann doch ein bisschen mehr dazu? Auf die Unmöglichkeit des Nicht-Kommunizierens ist er im Übrigen durch seine Forschung an schizophrenen Patienten gekommen. Bei denen hat er den zwanghaften und paradoxen Versuch beobachten können, nicht zu kommunizieren. Wir machen weiter mit dem zweiten Axiom. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Der Inhaltsaspekt einer Mitteilung ist das, was gesagt wird. Zum Beispiel kommt die Tochter um 20 nach 9 nach Hause und der Vater sagt, du bist spät. Der Inhalt ist klar, es ist die Information selbst. Jetzt kommt aber noch der Beziehungsaspekt ins Spiel. Hier ist entscheidend, wie es gesagt wird, also welchen Unterton gibt der Vater seiner Äußerung. Welche Gestik und Mimik wird neben der Information noch mitgesendet. Die Tochter, die interpretiert das dann und reagiert auf Grundlage der konstruierten Beziehung zu ihrem Vater. Hinter dem Beziehungsaspekt einer Nachricht steht also immer die Frage, wie stehen wir eigentlich zueinander. In der Folge kann es jetzt natürlich zu einem gestörten oder zu einem ungestörten Kommunikationsablauf kommen. Nehmen wir mal an, der Unterton des Vaters ist scharf. Also er will eine Rechtfertigung von seiner Tochter für das zu spät kommen. Nehmt die Tochter das so wahr, dann erklärt sie sich und die Kommunikation läuft ja wahrscheinlich unschön, aber ungestört ab. Es kann ja aber auch sein, dass sie den Beziehungsaspekt ignoriert oder anders interpretiert. Fokussiert sie beispielsweise die Information, du bist spät selbst, dann könntest du sie ja einfach mit einem knappen Jepp bestätigen und in ihrem Zimmer verschwinden. Ihr könnt ja mal konstruieren, wie das dann wohl weitergehen würde. Nach Watzlawick bestimmt die Beziehung den Inhalt. Also das, was gesagt wird, spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, wie die Interaktionspartner zueinander stehen. Deswegen heißt es in dem Axiom weiter, derart, dass Letzterer den Ersteren bestimmt. Und weil die Beziehung zudem eine unausgesprochene Kommunikation über eine Kommunikation darstellt, heißt es außerdem und daher eine Metakommunikation ist. Das Nachrichtenquadrat des Kommunikationspsychologen Schulz von Thun, das ist stark an diesem Axiom orientiert. Wenn ihr mehr über den erfahren wollt und natürlich auch seine Theorie, dann könnt ihr oben in die Infobox klicken. Hier machen wir jetzt aber erstmal weiter mit dem dritten Axiom und da geht es um die Interpunktion von Ereignisfolgen. Eine Interpunktion ist nichts anderes als eine Struktur. Watzlawick sagt, dass Interaktionen keinen Anfang und kein Ende haben, weil sie nämlich kreisförmig verlaufen. Es gab Situationen vor der jetzigen und es wird natürlich auch wieder welche danach geben. Diese Ereignisfolgen werden von den Kommunikationsteilnehmern in eine subjektive Struktur gepresst, also interpunktiert. Wie diese Struktur aussieht, ist abhängig von der jeweiligen Wirklichkeitskonstruktion. Bevor das jetzt zu kompliziert wird, will ich ein Beispiel machen. Wir bleiben bei der Tochter und ihrem Vater. Dass die Tochter zu spät gekommen ist, das war nur die Spitze des Eisbergs. Die Situation zu Hause, die sieht nämlich so aus, dass die Tochter grundsätzlich so wenig Zeit wie möglich bei ihrem Vater verbringen möchte. Wenn sie da ist, meckert er nämlich ständig nur rum, wie schade es doch ist, dass sie nie da ist. Das will sie sich einfach nicht geben und verschwindet deshalb, sobald es möglich ist. Das ist jetzt die Interpunktion der Ereignisfolgen aus Sicht der Tochter. Der Vater, der hat eine andere Wirklichkeit konstruiert und deswegen haben auch die Ereignisfolgen für ihn eine ganz andere Struktur. Die Tochter ist ständig weg und beteiligt sich nicht am familiären Zusammenleben. Und weil das nicht den Wertvorstellungen des Vaters entspricht und er seiner Tochter wichtige Werte mit auf den Weg geben möchte, muss er natürlich meckern, um positiv auf seine Tochter einzuwirken. Wenn die Lösung des Problemes als eines von Watzlawicks Büchern die Lösung, die Tochter und Vater für ihr konstruiertes Problem entwickelt haben, ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Wir kommen zur digitalen und analogen Kommunikation. Watzlawick lehnt dieses Axiom an die mathematische Physik an, und deswegen verwendet er die ziemlich ausgefallenen Begriffe digital und analog. Digitale Kommunikation ist eindeutig. Sie betrifft nämlich das Symbolsystem Sprache. Wir haben das Alphabet mit seinen Buchstaben, setzen die Buchstaben zu Lauten zusammen und Laute zu Worten. Die Worte, die wir Dingen zuweisen, die haben nichts mit dem Ding an sich zu tun. Also Pikachu heißt Pikachu, weil es halt jemand so genannt hat. Klar, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Aber hätten es die Spieleentwickler damals Elektroli genannt, dann würden wir diesen Namen mit dem Wesen in Verbindung bringen und nicht Pikachu. Wie gesagt, die digitale Kommunikation ist eindeutig. Diese Form der Kommunikation übermittelt den Inhaltsaspekt einer Mitteilung, den ihr aus Axiom 2 kennt. Die analoge Kommunikation, die ungenau ist, die übermittelt hingegen den Beziehungsaspekt. Ihr seht da jetzt dieses Elektroli und habt eine innere Haltung diesem Tierchen gegenüber. Vielleicht habt ihr früher selbst Pokémon gespielt und habt diverse positive Assoziationen, oder ihr findet die Figur total süß, oder ihr wart damals ultraabgenervt, weil alle diese bescheuerten Karten getauscht haben. Keine Ahnung. Wenn ihr das Bild hier seht, dann drückt ihr vermutlich ganz unbewusst eure Beziehung zum Gesehenen aus. Watzlawick ist wichtig, auf diese beiden Modi aufmerksam zu machen, weil der Mensch das einzige Wesen ist, das nicht nur analog, sondern auch digital kommunizieren kann. Zusammenfassend sagt er über das Axiom, menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Die Begriffe, die haben wir ja geklärt. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitig logische Syntax, das heißt, sie haben Regeln und sind deshalb eindeutig, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Klar, dafür fehlt dann halt aber die Bedeutung. Analoge Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potenzial, ermangeln aber die für eindeutige Kommunikation erforderliche logische Syntax. Ein Axiom haben wir noch, nämlich die symmetrischen und komplementären Interaktionen. Das ist glücklicherweise weit weniger komplex als das mit der digitalen und analogen Kommunikation eben. Eine Kommunikation ist dann symmetrisch, wenn die Kommunikationspartner auf der gleichen sozialen Stufe stehen. Zum Beispiel du und dein bester Freund oder Partner oder zwei Arbeitskollegen, die auf derselben Position stehen. Kommunikation kann aber auch komplementär sein. Beispiele dafür sind das Chef-Angestellten-Verhältnis, die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern oder auch Lehrer und Schüler. Je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Interaktionspartnern symmetrisch oder komplementär ist, drückt sich das natürlich in der Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, aus. Ich denke, dass das ziemlich offensichtlich ist. Keine der beiden Formen ist nach Watzlawick besser als die andere. Im ersten Fall ist man sich ebenbürtig und im zweiten Fall ergänzt man sich halt. Er hat als Therapeut aber natürlich immer gestörte Kommunikation im Hinterkopf und die liegen bei diesem Aktion beispielsweise dann vor, wenn die Akteure ihre Beziehung unterschiedlich definieren. Also beispielsweise eine Person Gleichheit in der Interaktion anstrebt, während die andere Unterschiede betont. Das waren dann auch schon die fünf Aktionen. Ich will an der Stelle nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass Watzlawick und seine Kollegen wichtige Erkenntnisse für ihre Kommunikationstheorie durch ihre Untersuchungen an psychisch kranken Menschen gewonnen haben. Sie übertrugen ihre Annahmen dann auf die normale Alltagskommunikation. Gleichzeitig wird in den Axiomen immer wieder eine konstruktivistische Orientierung deutlich. Die Axiome selbst solltet ihr auf gar keinen Fall als unumstößliche Tatsachen ansehen, sondern durchaus kritisch betrachten. Watzlawick selbst räumt ein, dass die Überlegungen theoretische Schwächen aufweisen. Wenn ihr euch vertiefend mit dem Thema auseinandersetzen oder irgendwas nachlesen wollt, in der Beschreibung findet ihr die Quellen und einige Links zu Vorträgen und Lesungen von Watzlawick selbst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.